Moin moin Leute und willkommen zum epischen Finale von Little Fighter 2 und wir drei sind bereits für eine epische Endschlacht und ich sage genau, los! Okay, los geht's. Ein Zimmer in der Burg oder was? Ja. So netter. Die Burg des Grauens. Die Burg mit Julien. Julien's hier, der hatet mich. Deswegen auch die Burg des Grauens. Schon klar. Nein, gleich kommt schon mit seiner Seelsorge. Naja, genau. Oder wie man Frauen schlägt, dann. Hör mal auf den Stein zu hauen, ich will das nicht. Oh nein. Oh, was bist du, Alter? Ritter! Ich schnee nochmal den Stein. Ritterlin! Au! 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 Das reicht's aber. Hier, ich lass mich noch nicht verarschen. Friert den Ritter ein. Ich hab nur noch, nur noch Lackenbild, ey. Geil. Zum Glück wir nicht, oder ich zumindest nicht. Ich bin mal echt auf die Aufnahme gespannt. Ich bin mal richtig auf die Aufnahme gespannt. Es sieht wahrscheinlich nur bei dir so schlimm aus. Ja, ich hoffe. Ich hoffe ich auch, dass es bei mir besser ist, als es aussieht. Alter, die Ritter sind bei mir doppelt. Wie doppelt? Ja, sobald die attackieren, sind sie plötzlich doppelt da. Ja, geil. Okay. Teile dich. Teile dich. Was ist denn das für der nächste Olle dahinten? Aua! Achso. Ich dachte, die gehört nicht zu uns. Schlapp. Ich hab's mich hier eingeschlichen. Ekelhaft. Ekelhaft. Nimm den Stein, du Drecksack. Ja, wirf den doch. Ey. Fähig mit dem Stein. Ist toll gemacht. Ist er kaputt. Hehehe. Stein, ist er kaputt. 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 Stein. Ah, boi. Aber wir sind bis jetzt noch nicht mal gestorben. Ja, sind wirklich nicht. Wir sind voll awesome. Ja. Das für ein Bogenschütze hier. Ist er ekelhaft. Geh weg. Töte den. Kill the fire. Oh, wir haben nur Eis. Dammt. Rupee stirbt gleich. Rupee nicht sterben. Ach. Oh mein Gott, wir können fliegen. Mist. Holg mich runter. Was soll das denn? Fettig schwule Scheiße. Wir sind so viele Gegner. Fuck, ich muss hier weg. Rupee stirb. Ich seh's kaum. Ich sterbe nie. Oh, scheiße. Also doch. Fuck, nein. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Über Rupee stappen und so. Wen siehst du eigentlich gerade? Rupee, wenn siehst du eigentlich gerade? Sann, äh, sehr unfassend. Ähm, ich sehe gerade Psycho. Oh, schade. Ich gehe, mich vorab. Der Gegendrum. Ich seh's keine Sonne gegen den Typen da. Und was machst du da hin? Sag, sag, komm mal die Sterne ins Gesicht. Ich hab grad zehn Gegner gekloppt. Oh, aus Hilfe. So, bitteschön. Ja, jetzt räumst du den Typen wieder ab. Meinkel. Typisch, äh. So, hier. Heck mich doch am Arsch. Rupee, erzähl doch mal was. Erzähl mal was. Wer? Meine Leiche parkt da unten jetzt. Und, äh, man sieht leider nicht mehr, wenn ihr kämpft, so. Ich klapp mal drauf. Da. 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 Schlag weiter. Die Leiche. Der hat ne Milchflasche. Da hat die Becksau. Boah, ich glaubt ihm. Recht mein Tod. Holt die Milch. Rettet sie. Nicht kaputt machen, Depp. Sprech deinen Code. So, ab geht's los. Ich hab hier noch nen Gegner. Boah, diese Asis. Aber ich kann und tanzen, Alter. So, jetzt kann man gut los. Ja, dann komm ich ja gleich wieder. Das ist ja geil. Oh, mein, mein wichtigstes Projekt hab ich ja noch gar nicht erwähnt. Welches denn? Ja, mein Let's Play Together Sumo Tori Endlos-Projekt. Das ist so schlecht. Das ist nicht schlecht, das Spiel ist der Hammer. Mag das gut. Wer kennt keinen Sackhatz? Aua! Achso. Mag das Spiel, ja. Was mach ich da eigentlich? Ich kann mich erinnern, dass ich die Attacke gestartet hab. Oh mein Gott. Nein, sag nicht. Mich trink, du Vollidiot. Ich reite nicht. Dich doch jetzt. Dann wirst du doch weg. Die Typen sind böser als. Oh, Alter. Ja, das in kleinen Julien. Ja, das ist ein Justin. Oh, fall in die Fresse. Tut mir leid. Nicht schlimm. Der Typ fall in die Fresse geworfen. Ich bin echt abhängig. Alter, Drecksmilch, die macht die mich kaputt. Ja, das stimmt. Stürt mich. Stürt mich. Stürt mich. Stürt mich. Okay, sie ist kaputt. Stürt mich. So, hier, Messer. Der Schwert. Oh Gott, bin total verwirrt. Das Spiel verschickt mich total. Wie. Die Leute dagegen rum öffnen. Kann ich mich? Ich will mich mal wieder verwandeln, ne. Aber ich verliegte kein Leben. Die Gegner können überhaupt nichts. Oh, da unten. So nüt. Alle laufen hin. Alle laufen hin. Ah. Ach, da oben ist ja noch einer. Am Sack, denn da ist keiner. Schlag den zu Brei. Mach die Nähe. Mach den kalt. Okay. Mit Eis. Ich brauche ein Eisschwert. Ja. Ja, ich auch. Ja, mach eins. Woll dir ein Bier. Dann hast du wieder mal. Oh. Oh, warte, blabiert. So. Rennt der einfach weg. Und zack. Zack. Wie er lebt noch. Dann hol ich. Ich hol mir ein Bierchen. Bierchen, ja, ja. Ich. Wir kloppen uns hier hinten alleine, während du hier rumrennst und Bier klaust. Oh, nein. Da hinten. Oh, nein. Fuck. Was ist jetzt? Ey, das bin ja ich. Äh. Jetzt bin ich hier ganz alleine. Ja, danke. Hallo. Komm. Ich muss mich unterhalten. Wie unterhalten? Ja. Aua. Ticke Dinge des Lebens. Hast du nicht gelernt, mein Freund, oder was? Oh, 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 oh. Ich will mich verwandeln. Und? Aua. Scheiße. Aua. Ich sterbe nicht genug. Tötet mich. Tötet mich. Ey, geil. Bette ist da. Der kommt in unser Team, wenn wir ihn killen. Äh, wenn er tot ist, ja. Äh. Warum hat denn der Ritter ein Eisschwert, wenn er ein Schwert in der Hand hält? Fail. So zwei Schwerterstil. Haha, ich hau dich. Oh, nein. Komm. Na, du. Toll. Ich bin ein Eismann. Bei mir geht überhaupt nichts mehr. Ja, mach ich. Mach ich. Ich mach ein Schwert. Ich brauche ein verdammtes Schwert hier. Ach, geil. Scheiße kaputt. In der Spiel macht's. Machst du eigentlich da. Du musst davor verfloppt. So, ich helfe dir mal. Oh, geil. Ich war auch eins. Ja, ich war auch eins. Ah, nicht davor werfen. Entschuldige. Ich kann das nicht richtig abwerfen. Ich willst du es eigentlich gar nicht werfen. Wenn du es in der Hand hast und noch eins machst, dann fällt es einfach runter. Ach so. Ja, hab ich dir vorhin nur versucht. Sag das doch, Mensch. Erklären. Fuck, ich hab mein Eisschwert weggeworfen und zwar aus dem Spiel. Fuck. Tschüss, Eisschwert. So, ist der Typ jetzt eigentlich mal tot? Also, was hält denn der auf? Ja, bet. Und er ist in unserem Team. Jetzt bist du ein Freund. Ja, genau. Ich bin totgekloppt und dann auch ein Freund. Ja, da freut sich voll, dass wir so stark sind, der will auch so. Ich hab noch Probleme mit euch. Ich hab mich umgebracht, aber jetzt bin ich glücklich. Geil. Wir töten keine Menschen. Eisschwert. Oh, ich will ein Eisschwert. Äh. Ich kann es nicht mal los. Äh. Oh, Fett, die kommt zurück heran. Ich kann ja, ich kann ja das LP noch in die Länge ziehen. Jetzt komm her, Mann. Ich hab mich gleich. Ihr könnt mich mal wasken so. So, 5-3. 5-3. Ach, du Scheiße. So, ab geht's. Voll ab hier. Oh mein Gott. Ja, überall. Also, ich will Leben verlieren. Ich will Ex-Louis sein, Mann. Aber die sind so schwach, die Gegner hier. So, schön, das Schwert in die Fresse geschlopft. Wunderbar. Oh, ich hab mein Schwert schon wieder weggeworfen. Kacke. So, ich rette erst mal den Mann da oben. Rettet. Ich rette ihn mal. So. Rettet. 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 Ich stehe hier einfach gerade in der Mitte rum und tut gar nichts. Aua. Aua. Hallo. Ich ging ja ab. Oh, hey. Die Klauen unser Bier und unsere Milch und alles. Meine Milch. Und mein Bier. Weg da. Oh, voll auf die Verbündeten geworfen. Entschuldigung. Hey, ich kriege die Krise. Hey, ich kicke euch gerade eine Milch entgegen. Oh, kaputt. Äh. Ich warte es einfach. Fass da los. Ich klopp einfach drauf. Ich genieße jetzt die Aussicht. Alles fein. Oh. Den schönen Turm. Sieht alles gleich aus hier. Im Hintergrund. Äh, was, was mach ich da eigentlich? Aua. Hilfe. Aua. Dein Schwert. Oh. Alter, wo kommt denn der Laser? Das ist irgendwas Böses da hinten. Nein, das Bett ist in unserem Team. So. Oh, so. Dann mach mal mehr Laser. More Light. Laser Shows. Ausbett, mach Laser. Oh, mir fallen echt gleich die Finger ab, ey. Was ist denn los mit dir? Was ist denn? Ah, ah, ah. D drücken und Space drücken. Was? Ah, ich bin weg. Meine bessere Hälfte ist da. Ich bin raus. Ah, da hinten kommen Hobo. Ah, du wirfst ihn einfach in der Gegend rum. Ah, Hilfe. Ich kann fliegen. Ah, ich wird hier gekloppt. Rupee, wo bist du? Man sieht die epische Action hier. Ganz vorne. Ja, warum denn? Sei ganz hinten, da ist der Endpost. Ah, digga, ur dich kommen. Mal sieht, hier, bläh, bläh, bläh. Die ganzen Gegner, äh, verbindet uns vorne, die können es machen. Ja, also. Wir warten jetzt einfach die epische Angel. Was machst du eigentlich? Ich trink das Ico. Ich hab to. Boah, das gibt's doch nicht. So. Volles Kloppel. Oh, scheiße, wartet mal. Warte mal. Rupee, lass mich mal verschlagen. Lass mich mal verschlagen werden. Ich will nämlich sterben. Also fast sterben. weil wenn ich das nicht macht dann bin ich wenn wir bei ex-luis quatsch werden bei julien sind nicht ex-luis dann habe ich probleme oder ich habe fast kein leben mehr gegen ex-luis ist er ging zu den Heizagenten wird alles bereit die Proffekt er nicht die die Mucke die Mucke verabredet er die Mucke so episch die Mucke ex-luis ist in unserem Team geil aber der war gar nicht bei uns irgendeiner hat mich geschlagen der war gar nicht bei uns so aha komm mal ein Eisschwert so, ein Eisschwert ein Eisschwert, da bitte nein es ist kaputt gegangen mach mal richtiges Eisschwert los ich habe gesagt, oh ich hüpfe jetzt wieder hier, hier links Reiko, nimmst du ja in der Kante hol dir das Schwert aber ich muss hüpfen so oh Gott, wenn du es nicht holst dann erst kriegst nimm ich sie ich muss noch mal hüpfen mit Schwert aber auch kein jetzt komm man was habt ihr denn? diese aggressiven Menschen jetzt bin ich verletzt hier das ist halt so oh Gott, Endboss äh Endstage nein Quatsch, sind wir erst in der vierten oh was hast du denn? das hat mir voll umsonst Stress gemacht wir sind erst in der vierten ich dachte wir wären schon in der fünften jetzt das ist halt nicht gelernt Alter jetzt kommt er erst first und dann kommt Julian oh Gott hallo was stehen die denn alles so rum? komm her ich hätte das ganze LP einfach nur rumstehen müssen so nix zu unteren wo bin ich eigentlich? ich sehe mich nicht mehr als bei du Attacke rücken Attacke Attacke klappt aber ist ein Erkennter nicht so gut ey man sieht nix mehr völlig egal ja ich weiß überhaupt nicht wer ich bin ok es lauf was da lohnt Junge äh äh ok nächste komm wir jetzt first? nein noch nicht also kloppen wir die auch noch ups zweit nicht so klug Aua hallo Taste Taste tu doch wie Slack ach so ich hab keine Mana fuck Frau Mana wo ist Bier? gib mir Bier auf Alter was da ist ein Schwerb oh Bier oh fuck Hilfe Gegner da werden wir unser Bier klauen äh Döööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Prozent sonst dass man reichen und Kloppensmodus hier das besorgt soll es sein ich mach die Strankenhaus war Prozent ich mach die Korkenhaus war auch als überall die Zeugner gegen Trommel ich bin überhaupt nicht mehr durch entweder verbündete oder das sind so japanische Spiele da blickst du niemals durch ich hab mir Mr. Com mein Schwert weggenommen Hallo Mr. Com wie geht's dir? was machen wir gerade? ja ich tanze ein bisschen, oh da ist lecker Milch total sinnlos wenn ich Durst habe dann muss ich trinken das ist viel zu stressig so tut alles weiß nochmal abgehend zu der Mucke 92 ok sooo letzte Stage oh mein Gott und dann ist dieses unfassbar awesome LP schon rum Och schade wir können ja noch ein Versches machen äh, nein verdammt das funktioniert nicht, weil du zu schlecht bist? ja äh, wo ist Bier? wie hat der eine geschrieben? ich habe Defizite deswegen kann ich das nicht ja, das hast du ja auch ja, schon klar und wenn man Defizite hat, dann kann man so weiter aber wenigstens kannst du der vertriebene Bauer lesen nein, ich bin das abgefickte Reh, ne das verfickte Reh, wie war das? verpeilt? ich kann es mir nicht merken gut, dass der Typ keine Defizite hat, dass er so eine Kommentare bei YouTube schreibt ja, ich glaube du sollst belachen oh nein, die Milch fliegt weg oh geil und die Milch kommt wieder zurück, Milch guck mal, ich spiel Fußball mit der Milch geil oh, Kaua es geht nach vorne ab ey, das ist das ey, man sieht nix mehr das ist unnormal, ey ich werde mir Blick nicht mal durch ich werde mir Blick nicht mal durch, welcher Ex-Louis ich bin oh Gott, Julien da ist er oh Julien! Töte den! na toll, ich brauch Bier mach doch mal ne Rap-Analyse oh mein Gott, wir zeigen, wir sind auch übergegnet, ich muss hier weg ich komme, ich tanze an ja, nee, lassen wir die äh, okay mach doch was du willst ich steck euch alle ab ich steck euch alle ab wo ist Julien? da ist Julien, der kriegt jetzt nein, nicht oh, jetzt trinkt er bitte sein Bier äh, umlauf kommst du ja, Julien oh! nein! der mir auch die Riesen Bomben zu machen wer ist in Julien eigentlich? ja, der große Schwarze der Dicke der große Schwarze ja, der mit dem Kopf drunter der, mit dem pinken Schriftstuhl, ekelhaft der große Schwarze der hat das Dicke gepressen kennt ihr die Werbung, die ist so gut er ist doch schon tot ne nein, er ist nur da hinten ne der hält auch ultra viel aus ja, der hat ungefähr 5000 Leben oder so wir haben nur 100 oder so ich könnte ja auch leben, ey der bekloppt ja, irgendwie sowas ja, Klappungsmodus klopp, 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 klopp klopp, klopp, klopp man sieht gar nicht mehr, wo es ist ja, machen wir lieber mal weg oh mein Gott, er kommt Hilfe ich gehe wieder nach vorne mir egal der Block ist einfach der Arsch ohhhh der hat gesessen okay die Praktik hat nicht funktioniert eindeutig nicht Ex-Louis kloppt schon voll auf ihm rum wo ist eigentlich bad? ich hoffe der lebt noch egal, ist schon zu spät nein hui ich schmeiß euch alle weg oh Gott ja klar ich gehe schon nix mehr ey ich leg's dir weg und rechts lass auf vielleicht macht er leider nein und dann ist alles vorbei oh Gott wow fliegst du gerade? wo bin ich? fliegst gerade nach gegen drum gleich und nehme ich mal an flugstunde geil da drüben bist du oh ähm da seid ihr ach so oh oh nö oh oh also wieso ist der jetzt ganz da hinten er hat sich weggeportet kurze ein paar abgabend mitgeguckt alter scheiß ich habe fast kein Leben mehr frag ich habe fast kein Leben mehr wir haben sterben die U-Karte ich brauche dringend Milch gibt Milch gibt Kraft Scheiße es hat keine Milch mehr es hat keine Milch mehr die Schäuze mit der Macht vom Castle Greif Karl auch fragt sich die ganze Zeit in die Rolle zusammen Hau ihn jetzt ja er ist tot wir sind die besten wir haben es geschafft wir haben gewonnen das hat sich doch ich liebe ich komme mit unfassbar 10 Minuten auf die Sekunde ja perfekt wir haben es drauf was für ein grandioses LP mit unserer Action was bleibt uns noch zu sagen es gibt noch mehr Action ja und hat Spaß gemacht war geil ja alter ja dann mal vielen 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 Dank fürs zugucken fürs weitersagen und für den ganzen anderen Mist was man so macht ja von mir auch ich gehe jetzt erstmal kacken ich sage vielen Dank stay tuned ciao 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 ja ciao Bis zum nächsten Mal.